Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall darin angeguckt habe, desto klarer ist es für mich gewesen. Ein Kind. Wir haben fast jeden Tag trainiert, wie für die Olympischen Spiele. Die Beine an die Decke, damit es fließt. Ich habe die ganze Wohnung geputzt. Ich habe alles weiß gestrichen und alles durchgefegt. Einfach machen, sonst funktioniert es nicht. Zumindest bei mir ist es so. Sag mal, hast du was zum Anziehen? Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja, sie ist ganz hübsch. Na und? Was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du, was du willst. Ich geh da jetzt nochmal hin. Was? Wohin? Zu aller Domspitz. Ja, war ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Was ist denn eigentlich los mit dir? Bis zum nächsten Mal.